Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Legenden im Porträt. Heute mit einer mehr oder weniger Live-Episode. Wir haben nämlich eine lebende Legende zu uns gebracht und dafür sage ich in erster Linie schon mal Dankeschön. Wer bist du? Simon Messner aus Südtirol. Was machst du so Simon? Jede Menge, also vom Bergfilm bis Selberlbinist ist da einiges dabei. Okay, was würdest du sagen, womit verbringst du deine meiste Zeit? Die meiste Zeit leider momentan vorm Computer. Das ist nicht meine große Leidenschaft, aber es gehört dazu, wenn man Filme macht. Also ich bin bei uns im Haus, wir sind im Grunde ein Zweiergespann. Also wir machen zusammen, Reinhold und ich, im kleinen Team Bergfilme. Und da bin ich für die Abwicklung zuständig. Also der Reinhold bringt meistens die Idee mit und ich versuche sie dann umzusetzen. Und das findet leider, leider vorm Computer statt. Das heißt, ohne Schnittteam, ohne Kamerateam, alles sind self-made oder schon mit extern zugekauft dann oder so? Genau, also Kamera natürlich kaufen wir uns zu oder bestellen wir für die Drehtage. Wir bringen die Idee mit, das Equipment von damals, die Requisiten sozusagen. Wir organisieren die Doubles, das sind bei uns meistens Bergführer oder selber gute Kletterer. Und versuchen Geschichten und Erlebnisse aus der Vergangenheit, aus der Alpinistik nachzustellen und möglichst originalgetreu nachzuerzählen. Okay, fangen wir vielleicht an, wo jeder Alpinist mal angefangen hat, nämlich als kleines Kind. Du bist in Südtirol aufgewachsen und definitiv unter Umständen, die nicht jeder so kennt, in einer Bergsteigerfamilie. Und wie war das in so einer dynamischen Familie mit großer Schwester, mit einer ein bisschen größeren Schwester quasi, mit Eltern? Ich weiß nicht, wie aktiv waren deine Eltern in den Bergen in deiner Kindheit noch? Es stimmt, also von außen schaut es natürlich aus, es wäre ein sehr spektakuläres Leben. Ich kann, glaube ich, für meine Schwestern auch mitreden. Ich habe zwei Schwestern, eine größere und eine jüngere. Unser Glück war, dass wir, weil Reinhold so viel unterwegs war, dass wir als Kinder schon viel gesehen hatten oder gesehen konnten. Das ist wirklich ein Glück. Wir haben Indien gesehen, die Antarktis gesehen, Mongolei als Beispiel. Und heute empfinde ich das schon als bereichernd, weil man einen anderen Zugang zum Leben hat, einen anderen Blickwinkel vielleicht auch. Aber ansonsten war unser Leben nicht spektakulärer als andere Leben. Das heißt, würde ich so sagen, vielleicht schaut es von außen so aus. Ja, du bist ja in der, du hast ja eine ganz normale Schullaufbahn gemacht, oder? Du bist in Bozen in die Schule gegangen, oder? Also ein bisschen südlich von Bozen. Okay, südlich von Bozen. Aber du hast dann studiert, du hast Mikrobiologie studiert. Wie war das, wie war deine Studienzeit? Hast du da viel Zeit dann eigentlich in den Bergen verbracht oder in deiner Freizeit? Das stimmt. Also ich habe Molekularbiologie studiert aus Interesse, weil ich mir gewisse Fragen beantworten musste. Also die Urfragen, die sich wahrscheinlich jeder in der Pubertät stellt. Und ich habe in Innsbruck studiert. Und ich muss wirklich sagen, das war die gute Zeit von mir, weil ich viel Zeit hatte. Bevor ich im Labor gearbeitet habe, hatte ich viel Zeit. Und das habe ich natürlich rund um Innsbruck in den Bergen verbracht. Großteils. Heute ist es ein bisschen schwieriger, seit wir Filme machen, ist die Zeit doch recht begrenzt. Aber nicht minder spannend, das ist einfach ein anderes Thema. Es ist das gleiche Thema, Bergsteigen. Nicht, dass man jetzt selber zum Bergsteigen käme, aber die Geschichten zu verinnerlichen, das macht schon eine gewisse Freude, muss ich sagen. Du bist dann von der Biologie zum Film, also du bist nicht direkt drüber. Also du hast eine Zeit lang im Labor gearbeitet, richtig? Das stimmt. Nicht wirklich lange. Ich habe recht schnell gesehen, das ist nicht meine Welt. Wahnsinnig spannend. Forschung kann wahnsinnig spannend sein, aber wer Forschung betreiben will, der muss heute zu 100 Prozent Forschung betreiben. Und da hätte Bergsteigen leider nicht den Platz, den ich den Bergsteigen gerne geben würde. Und das muss aber quasi, das muss in deinem Alltag quasi Platz finden, die Berge, irgendwo muss das drin sein, oder? Ja, bei mir, also über die Jahre wurde es zum Teil von mir. Ich würde mich ohne die Berge oder ohne das Klettern oder Eisklettern, Bergsteigen nicht wohlfühlen. Das heißt, ich muss nicht jeden Tag hinausgehen zum Klettern, aber immer mal wieder schon. Wann hast du die, wann hast du die Leidenschaft zu den Bergen eigentlich das erste Mal so entdeckt? Ja, relativ spät eigentlich, muss man sagen, wenn man den Background berücksichtigt. Das heißt, das Thema Bergen war natürlich bei uns immer schon präsent. Vielleicht auch deswegen so alltäglich, weil die meisten Familienfreunde sind Bergsteiger. Das Thema war meistens Bergsteigen, Bergsteigergeschichten. Also die wurden uns auch als Gute-Nacht-Geschichten erzählt. Und dann kam ich eigentlich relativ spät, muss ich sagen, selber zum Klettern mit 17 Jahren, Plus, Minus, genau kann ich es nicht mehr sagen, aber recht spät. Also du hast dann, hast du eigentlich Erfahrungen gerade beim Klettern noch mit deinem Vater zusammen gemacht, so wie man das quasi von vielen anderen Geschichten kennt. Der Vater nimmt den Sohn sozusagen mit und dann geht man gemeinsam in die Berge, gemeinsam klettern oder war das dann eine unabhängige Geschichte schon, weil du quasi schon über die Pubertät hinaus sozusagen warst? Das war, also es war nicht ganz der klassische Zugang. Ich habe ein paar Tours natürlich mit dem Reinhold gemacht, aber eher ein bisschen später. Das entdeckt habe ich das Klettern mit einer Freundesklicke, also mit meinen Freunden, die haben alle geklettert, sind alle geklettert und die mich mitgenommen. Und eigentlich der ausschlaggebende Punkt war bei mir, dass ich recht schnell gemerkt habe, dass ich mich nicht wohlfühle in der Höhe und im Gebirge. Und diese Art Unwohlsein oder diese auch Angst teilweise, das hat mich so fasziniert, dass ich da mehr wissen wollte und mich mehr hinterfragen wollte und so bin ich da hineingerutscht. Das heißt, du suchst heute eigentlich nach dem, wovor du dich eigentlich fürchtest? Ja, teilweise kann man das so sagen, doch, doch. Also ich fühle mich nicht unbedingt sehr wohl beim Klettern, meistens schon heute, aber es gibt auch Momente, wo ich mit der Höhe nicht ganz zurechtkomme. Und so komisch das klingen mag, aber es ist ein Umstand, der mich fasziniert, diese innere Auseinandersetzung mit einem selbst. Hat sich das über die Zeit verändert, die Angst? Wurde das besser, unter Anführungszeichen, mit den Projekten, wie sie schwieriger geworden sind zum Beispiel? Ja, ich glaube, dass die Erfahrung ganz viel, eine ganz große Rolle spielt. Über die Jahre natürlich bekommt man sehr viel Selbstvertrauen in sich selber und dann schrumpft natürlich diese Angst. Aber sie ist noch da teilweise. Ich will nicht sagen, dass sie ganz verschwunden ist. Zum Thema Messner Mountain Movie. Du steckst da jetzt sehr tief drinnen aktuell, aber ich schätze mal, du bist auch in der Vergangenheit viel damit beschäftigt gewesen. Wie ist das zustande gekommen? Dein Vater war wahrscheinlich der mit der Idee oder bist du als jemand da hingegangen und hast gesagt, ich finde das so genial, diese Idee? Also die Idee kam ganz klar vom Reinhold. Ich hatte mein Studium fertig und war gerade im Labor beschäftigt und wusste nicht genau, was ich machen will. Und da kam einmal der Reinhold zu mir ins Zimmer und hat gemeint, Simon, wir machen Bergfilme. Das ist viel gescheiter, als im Labor zu stehen. Und da hat er recht. Also da hat er mich gleich gecaptured sozusagen. Und seitdem machen wir Bergfilme. Wir haben einige schon gemacht, ich weiß nicht genau, 13, 14 Filme wahrscheinlich in den letzten Jahren. Sehr viel für eine so kleine Firma. Und ich würde es gerne ein bisschen zurückstecken, um mehr selber Bergsteigen zu können. Das heißt nicht, ich will es lassen, aber... Aber darüber finanzierst du die jetzt quasi aktuell? Nein, das kann man so gar nicht sagen. Also wir stecken sehr viel privates Geld in diese Filme. Aus Überzeugung, weil der Reinhold diese Filme machen will, um auch die Geschichten nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Das heißt, leben tue ich das nicht wirklich davon. Das heißt, es ist eher eine Begleiterscheinung. Also leben tue ich schon von... Also wie sagen wir Freelance, also kommt einiges zusammen. Freiberuf lang gewohnt. Ja, ja. Aber du bist als Hobby oder vielleicht auch teilweise beruflich Alpinist. So bezeichnest du dich selber. Du bezeichnest dich auf deiner Website als Alpinist. Und selbst wenn man sich dein About Me anschaut, da steht relativ wenig über dich. Und das ist doch sehr ungewöhnlich für einen Alpinisten, wenn man manche sich heute anschaut. Da geht es schon sehr stark darum, sich selber auch zu vermarkten. Jetzt ist es doch ungewöhnlich, dass du mehr selbst in deiner Über-dich-Homepage darüber darauf eingehst, wie der Alpinismus funktioniert. Und nicht so der Simon Messner persönlich. Jetzt wäre meine Frage, weil du schreibst, du bist kein Profisportler und du bist kein Sportkletterer. Was ist für dich der Unterschied zwischen einem Profisportler und einem Alpinisten? Also gute Frage im Grund. Auch ein Alpinist kann ein Profisportler sein. Das will ich gar nicht so behaupten. Aber ich will nicht vom Klettern selbst leben müssen. Ich kann mir vorstellen, dass viele sich vorstellen, das muss das Großartigste sein. Und viele junge Kletterer vielleicht wünschen sich, das eines Tages davon leben zu können. Aber ich will das nicht, weil ich vielleicht anders als viele andere weiß, was dahinter steckt. Das heißt, ich will mir die Freiheit behalten, um das tun zu können, was ich tun will. Und wenn ich ein Jahr nicht klettern will, dann will ich ein Jahr nicht klettern und versuche mich irgendwie über Wasser zu halten. Das heißt, ich will versuchen, es ist ein Versuch, nicht davon leben zu müssen. Und ich sehe mich auch nicht als irgendwie herausragend Alpinist, sondern ich sehe mich eher als Teil vieler Alpinisten oder Teil von vielen, als Stellvertreter vielleicht, die leider immer weniger werden. Also traditionelles Bergsteigen, sehe ich schon auch in den letzten Jahren, nimmt ganz stark ab. Schade, verstehe nicht genau wieso. Glaubst du, liegt es an der Erhöhung der Sicherheit in den Bergen, dass wir immer mehr Kletterhallen bauen, wo wir eine sehr sichere Umgebung haben, immer mehr Klettersteige haben, wo quasi der Alpinismus so lange bearbeitet wird, bis er zur Spielwiese wird? Oder ist das einfach nur die Nachfrage danach? Ja, ich glaube, das hast du richtig beschrieben. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft, also nicht nur das Klettern betreffend, sondern die Gesellschaft diese Sicherheit verlangt ist. Heute, alles, was man macht, muss sicher sein. Das heißt, die Eigenverantwortung mit einem Bürger sozusagen heute beinahe aberkannt. Ich bin nicht ganz sicher, ob das der richtige Weg ist. Beim Klettern sicher nicht, beim Bergsteigen. Aber vielleicht geht es auch beim Klettern dahin, dass die Leute vor allem konsumieren wollen. Sie wollen, wenn sie zwei Stunden Freizeit haben, in diesen zwei Stunden möglichst viele Routen klettern und die sollen möglichst sicher sein. Das ist nicht schlecht, das soll keine Kritik sein, aber es ist nicht nur das Einzige. Das heißt, ich sehe im Bergsteigen vor allem auch einen gewissen Aspekt, zum Beispiel die Gefahr, die unbedingt dazugehört. Niemand will umkommen im Gebirge, aber die Gefahr gehört trotzdem dazu. Also jetzt ohne da viel Vergleiche anzustellen, man hört in gewisser Weise schon auch viel aus von dir, was man auch von deinem Vater hört. Also sehr viele Überschneidungen. Ich kenne viele Bücher von ihm und da steckt schon sehr viel auch drinnen. Und es ist ja ganz normal, dass wir aus unserem Elternhaus immer so ein bisschen was mitnehmen. Was glaubst du, hast du von deinem Vater mitgenommen, wenn du heute selber in den Bergen unterwegs bist und vor allen Dingen Projekte suchst? Das ist eine schwierige Frage. Also natürlich, ganz klar, das will ich überhaupt nicht leugnen. Natürlich bin ich von meinem Vater beeinflusst worden. Aber ich unterschreibe sicher nicht alles, was er sagt. Aber einen, sagen wir mal, beim Großteil hat er einfach recht, sozusagen beim alpinen Klettern, wer alpin klettert, der wird nachvollziehen, dass wenn wir Touren übersanieren, dass wir sozusagen selber in den Finger schneiden, lang- oder kurzfristig. Das unterschreibe ich sofort. Und ich setze in den Mittelpunkt schon auch den Erfahrungsgehalt bei Natur. Das heißt, mir geht es nicht um reine Schwierigkeit oder irgendwelche unübertreffbaren Zeiten im Gebirge, sondern das, was ich mit nach Hause nehme an Erfahrungen, das hat einfach einen ganz, ganz, ganz nachhaltigen, langfristigen Wert. Hat eine Erstbesteigung für dich mehr Wert als eine Wiederholung? Ganz allgemein gesprochen. Für mich persönlich würde ich sagen, ja. Ja, vielleicht trifft es nicht auf alle zu, aber weil, wenn es eine Erstbegehung ist oder eine Erstbesteigung sogar, dann wurde es vielleicht vorher schon mal versucht oder auch nicht, weil sich die Leute nicht getraut haben. Das heißt, es liegt ein gewisser Reiz darin, das selbst versuchen zu wollen. Also ich finde, eine schwierige Erstbesteigung oder Erstbegehung hat mehr Reiz als eine Wiederholung. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Erstbesteigungen du in deinem Leben schon geschafft hast, aber würdest du sagen, gibt es innerhalb dieser Welt der Erstbesteigungen des Unbekannten nochmal Berge, wo du sagst, das war doch nochmal was ganz anderes, das war ein besonderes Erlebnis als irgendwas anderes? Gibt es für dich spezielle Momente in den Bergen, spezielle Berge, wo du sagst, egal ob ich schon oben war oder nicht, das ist es? Ich habe in den letzten Jahren öfter darüber nachgedacht, weil doch viele Bekannte oder Freunde oder auch Leute, die man nur flüchtig kannte, leider am Gebirge gestorben sind. Das heißt, mir ist sehr bewusst, wie gefährlich das über die Jahre wird. Es ist ja eine reine statistische Rechnung. Das heißt, je öfter ich ins Gebirge gehe, desto gefährlicher wird es, ganz klar. Und der gefährlichste Beruf wahrscheinlich ist der Bergführerberuf. Rein statistisch, irgendwann nach tausendmal einbinden, mache ich den Knopf falsch oder mache ich diesen kleinen Fehler, diese Unachtsamkeit und das kann verhängnisvoll werden. Und ich habe länger darüber nachgedacht, dass ich doch in den letzten Jahren einige Momente erlebt habe, wo es auch nicht gut hätte ausgehen können. Das heißt, die Momente, die sind mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Und das ist eine Handvoll, also gibt es ganz unterschiedliche. Sei es beim Eisklettern oder, weil wir vorher gerade geredet haben, auch in der Marmolada-Südwand, habe ich mich einmal verstiegen. Und das ging ganz, ganz, ganz haarscharf gut noch aus. Das heißt, die Momente, wo es schiefgehen können und die doch gut gingen, das ist das, was ich eigentlich suche. Obwohl ich es nicht direkt jetzt suche, aber das ist das, was einem in Erinnerung bleibt. Das ist wahrscheinlich auch die logische Konsequenz. Je weiter man es an die Spitze treibt, desto eher kommt man in solche Situationen. Aber was macht es dann mit einem, wenn man wirklich in diesen grenzwertigen Situationen überlebt? Bleibt es nachhaltig auch bestehen und vor allen Dingen, inwieweit wirkt sich das auf die Zukunft dann aus? Ich glaube, man lernt sehr viel dabei. Man lernt sicher sehr viel dabei. Ich bin um einiges vorsichtiger geworden als ich früher war in der Pubertät, da habe ich viel Blödsinn gemacht, wie jeder wahrscheinlich. Man sagt ja, die ersten drei Jahre, wenn man die überlebt, dann hat man gute Chancen, alt zu werden. Das stimmt wahrscheinlich, das stimmt wirklich. Im Nachhinein muss ich das betonen. Was macht es mit einem? Ich glaube, mich hat das Gebirge sehr viel Demut gelernt und das schätze ich so sehr am Gebirge, weil ich diese Ehrlichkeit schätze. Das Gebirge ist einfach nur da und es ist nicht wartend. Das heißt, wenn jemand einen Fehler macht, dann bin ich das. Oder wenn ich eine Fehlentscheidung treffe, dann muss ich damit klarkommen. Und diese Ehrlichkeit, das hat mir von Anfang an schon imponiert und das gefällt mir so sehr am Gebirge. Ist versicherter Alpinismus, also Alpinismus über unzählige Bohrhaken, Pläsierrouten, Klettersteige unehrlich? Unehrlich würde ich nicht sagen. Ich würde es gar nicht als Alpinismus bezeichnen, sondern als eine andere Tätigkeit, die ja legitim ist. Ich finde, jeder soll im Gebirge das machen dürfen, was er machen will. Sofern niemand anderem in die Quere kommt oder niemanden verletzt natürlich. Also Alpinismus ist von mir, von meinem Standpunkt aus ein Tun. Also ich gehe dorthin, wo möglichst wenig Infrastruktur ist. Also ich versuche dem Ganzen auszustellen, um mich selbst, meine Fähigkeiten zu erproben, wenn man so will. Das eine ist Spruchklettern und auch Klettersteige kann es im Gebirge geben. Nicht zu viele, jetzt sind es sehr überhand, finde ich. Aber ich finde, man muss eine Konstellation finden, wo alles koexistieren kann, ohne dem anderen zu schaden. Glaubst du, dass der spielerische Alpinismus oder Alpinismus unter Anführungszeichen, der jetzt immer mehr Einzug hält, weil auch immer mehr Nachfrage herrscht, irgendwann diesen ursprünglichen Alpinismus in seiner Rolle als Nischenprodukt komplett verdrängen wird? Oder anders gefragt, siehst du dich in deinen eigenen Möglichkeiten immer weiter eingeschränkt? Das ist ganz klar, weil die meisten der bekannten Berge sind, oder fast alle bekannten Berge sind bestiegen. Es gibt zwar noch viel mehr unbestiegene Berge, als wir alle meinen. Das heißt, 6000, da gibt es jede Menge. Also es werden sich immer Leute finden, die auch diese Art des Alpinismus betreiben werden. Aber es wird schwierig werden. Und ich sehe es eher so, dass wir uns selbst in den Finger schneiden, wenn wir in den Alpen zum Beispiel die Berge weiter übersanieren. Weil wir einfach keinen Platz irgendwann mehr haben. Das heißt, irgendwann ist alles erschlossen und somit verbraucht auch. Ich verstehe, dass jemand Spruchklettern gehen will und irgendwelche Playsia-Routen klettern will. Das tue ich ja auch ab und zu ganz gern. Die Frage ist nur, wie weit will man das noch vorantreiben? Wie viel Platz will man sich noch wegnehmen, auch den zukünftigen Generationen? Es ist eine berechtigte Frage, eine schwierige Frage. Aber ich glaube, ich kann den Trend schon ein bisschen erkennen. Ich glaube, es kommt wieder langsam, langsam, kommt dieser Wille, Erfahrungen zu machen. Der kommt wieder zurück, glaube ich schon. Bist du deswegen in den letzten Jahren auch eher aus den Alpen raus? Und ich meine, du bist im Oman unterwegs, du bist in Patagonien, Karakorum. Das sind alles Orte, wo es wahrscheinlich noch ursprünglicher ist als in den Alpen. Sehe ich das richtig? Ja, Oman zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Dort sind schöne Wände, bis zu 1000 Meter Wände, fantastisch. Man ist in der Wüste, ganz nette einheimische Leute. Aber dort kann man eben noch klassische Linien erst begehen oder auch klettern, wiederholen, die bei uns in den Alpen vor 100, 150 Jahren geklettert wurden. Das heißt, dieses Abenteuer, das kann man im Oman noch erleben, was bei uns schwierig geworden ist. Also, verstehe ich das als ein Jahr, du weichst quasi deshalb aus, weil die Alpen nicht mehr das bieten können. Oder glaubst du schon, dass in den Alpen noch das Potenzial da ist, sozusagen die gleiche Wildnis wie im Karakorum zu erfahren? Also die gleiche Wildnis natürlich nicht mehr. Ja, aber es gibt noch Fleckchen. Man muss suchen, man muss den Willen haben, auch mal irgendwo drei Stunden zu einer Wand zu gehen, um sich das anzuschauen. Das hat fast niemand mehr. Vielleicht auch die Zeit hat niemand mehr. Es gibt noch diese Fleckchen. Es sind sicher nicht die bekannten Touren. Also Marmolada ist weitgehend erschlossen. Civetta vielleicht noch ein paar Linien. An diesen bekannten Bergen wird es schwierig. Aber wer gewillt ist, ein bisschen abseits davon unterwegs zu sein, der findet schon noch die eine oder andere Linie. Also ganz verbraucht ist es nicht. Nur wer wirklich in die wilde Natur hinausgehen will, der muss fast leider ins Karakorum fliegen oder nach Patagonien. Das ist auch schwierig geworden. Findet hier auch schon infrastruktureller Wandel statt, im Karakorum und in Patagonien? Stellt man sich mittlerweile auch auf die Touristen ein, oder? Ja, und wie, und wie, und wie. Das sehe ich mit einem weinenden Auge auch Patagonien sehr. Also es sind mittlerweile viel mehr Touristen unterwegs als Kletterer. Kletterer sind eine verschwindende Minderheit geworden. Aber auch sind trotzdem viele unterwegs. Also es ist sehr viel dort los. Und im Karakorum auch, habe ich erst vor zwei Tagen gelesen, wird ab heute, glaube ich, im Sommer eine Antenne aufgestellt werden am Concordia-Platz, damit alle Basislager Internetzugang haben. Finde ich traurig. Aber wenn die pakistanische Regierung das so machen will, dann muss das wohl so machen. Das hat in meines Wissens in Nepal eigentlich schon früher begonnen, oder? Nepal war doch das erste große, die erste große Region, wo man erkannt hat, man kann mit Bergsteigern viel Geld verdienen, oder? Wie würdest du heute sagen, kann man in Nepal noch ursprünglich Bergsteigen in Anbetracht dessen, dass es Permitsysteme gibt? Es gibt teilweise den Zwang Climbing Sherpas zu nehmen und so weiter. Wie siehst du das in Nepal? Ja, du hast sicher recht. Es ist sehr eingeschränkt worden. Du musst ein Permit, also der Berg, den du besteigen willst, der muss überhaupt auf dieser Liste sein, sonst darfst du es gar nicht besteigen. Es ist ein Versuch, das zu regulieren, was ja auch nicht ganz schlecht ist. Es trifft nur leider die Falschen. Es trifft eben auch die traditionellen Alpinisten, die nicht viel Schaden anrichten würden, weil sie ja so abseits der Piste unterwegs sind. Aber diese Regulierungen wurden ja erschaffen, um diesen Menschenstrom, der am Everest zum Beispiel jedes Jahr sich trifft, um zusammen sozusagen als eine internationale Riesenexpedition, kann man ruhig so sagen, den Gipfel zu erreichen. Diese Leute, das muss man auch irgendwie regulieren, weil da liegt so unglaublich viel Müll dort herum. Wir sind vor ein paar Jahren für eines unserer Filmprojekte dort hingeflogen. Und hätte ich es nicht selber gesehen, das Basislager, ich würde es nicht glauben. Es ist eine kleine Stadt, es ist unglaublich, was dort los ist. Wie viel siehst du eigentlich auf deinen Filmreisen, wovon du schockiert bist in Anbetracht des Tourismus? Ist es so, dass einem der Einblick irgendwo auch die Faszination dann letztlich nimmt? Oder bist du so abgelegen unterwegs, dass du eigentlich das Gefühl hast, wow, da geht noch was? Ja, beides, beides. Es ist ein großes, ich sehe es als große Chance für mich, haben andere vielleicht nicht. Also ich sehe beide Seiten. Ich sehe, was am Everest passiert oder mittlerweile auch an einer Burna, am K2. Also es trifft auch die anderen nach Tausendern langsam, langsam. Seit ich das gesehen habe, bin ich absolut überzeugt, dass ich das nicht machen will. Es fehlt mir für jeder Sinn, ich verstehe den Sinn dahinter nicht, im Gänse-Masch da hinauf zu steigen, aber das soll jeder machen dürfen. Andererseits sehe ich aber auch dadurch Berge, die vielleicht unbestiegen sind oder mal Wände, wo es noch eine Möglichkeit gäbe. Das heißt, ich profitiere schon davon. Zum Thema K2, weil du das jetzt gerade angesprochen hast. Der K2 wurde jetzt im Winter das erste Mal bestiegen. Das war eine medial unglaublich aufgeblasene Sache. Es war in Social Media viel, es war sogar in den Nachrichten, in jeder Zeitung ist es gestanden. Das hätte man vor 30 Jahren nicht unbedingt erwartet, dass die Tageszeitungen über die Besteigung vom K2 im Winter berichten. Weil eigentlich ist doch Alpinismus doch noch nischig, oder? Also es ist der traditionelle Alpinismus. Ja gut, da kam sehr, sehr viel zusammen. Es war der letzte 8000er, der im Winter bestiegen wurde. Es ist der zweithöchste Berg. Er wurde von Nepalesen erst im Winter bestiegen. Das finde ich eine schöne Sache. Sehr wichtig für Nepal, weil die Sherpas mittlerweile so gut sind. Es gibt eine Handvoll Sherpas, die sind unglaublich stark. Konditionell, technisch vielleicht nicht ganz auf der Höhe der Europäer, aber konditionell auf alle Fälle. Und es steht ihnen zu, es war sehr wichtig. Aber mich interessiert das eigentlich, muss ich es ganz ehrlich sagen, am Rande nur. Wobei, wenn man in die Geschichte, wenn man zurückschaut, dann waren die Erstbesteigungen in den 8000er schon immer eine sehr große nationale Angelegenheit. Ja, früher war es ja wirklich, also national, die deutschen Expeditionen waren ja für Deutschland ausgelegt im Prinzip. Aber ist es heute noch so, dass eine Expedition, sei es jetzt um eine Erstbesteigung irgendwann zu machen oder ganz generell, die ist nicht mehr sehr national geprägt oder es geht doch eher mehr ums Individuum, oder? Das kann jeder erleben, wie er es will. Ich kann das gar nicht pauschal sagen. Bei der K2-Besteigung war es ganz sicher ein altes Muster. Das heißt, die Nepalesen mussten und sie wollten unbedingt diesen Berg für sich besteigen. Sie sagen, sie haben es getan und die Europäer eben nicht. Das haben den Europäern auch gezeigt, wer jetzt vorreitend unterwegs ist. Dieses Event der K2 war eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie dominant Social Media eigentlich sein kann. Wenn man die Facebook-Kanäle der Sherpas verfolgt hat, es war unglaublich, mit was für einer Welle der Aufmerksamkeit die erschlagen worden sind eigentlich. Und sie haben das natürlich zu Recht vollkommen intelligent genutzt. Jetzt bist du auch in den sozialen Medien unterwegs und trotzdem bist du aber auch ein Kritiker des Influencer-Daseins. Sagen wir mal, das nennen wir es so. Was fällt dir beim Begriff Influencer ganz allgemein im Bergsport ein? Ja, schwieriges Thema. Also ich will ganz am Anfang sagen, ich habe auch einen Instagram-Account und ich habe auch einen Facebook-Account. Ich habe mich lange dagegen geweigert, weil ich nicht wirklich den Sinn darin verstehe in den sozialen Medien. Also nicht, wie es heute praktiziert wird. Ich sehe auch eine gewisse Gefahr darin. Also spätestens seit der Wahl des letzten US-Präsidenten, Donald Trump, muss diese Gefahr einfach fast jedem bewusst werden. Das heißt, man wird auch manipulierbar, wenn Nachrichten auf einen selber zugeschnitten sind. Aber es ist etwas anderes. Das Influencertum, ich kenne natürlich auch einiges, Influencer, wie man sie nennt, kann jeder sein. Also ich will das nicht irgendwie schlecht dastehen lassen. Nur untergräzten Alpinismus, wie ich es finde. Das heißt, es nimmt dem Alpinismus ganz viel Glaubwürdigkeit, weil Leute, die im Winter irgendwo hinausgehen, um in einer verschneiten Landschaft ein Bild von sich zu machen mit einem Eisbickel so, das hat nichts mit Alpinismus zu tun. Das heißt, die Leute, denen das zustehen würde, diese Aufmerksamkeit, die wirklich guten Leute, die haben zu kämpfen damit. Also es verschiebt sich das Bild. Weil wir auch Bilder so manipulieren können, unter Anführungszeichen, oder stellen können, dass es alles sehr ähnlich wirkt für den Laien. Und der Fachmann, unter Anführungszeichen, der erkennt natürlich, dass hier im Hintergrund ein kleiner Berg ist und kein K2. Glaubst du, dass Social Media trotzdem ganz allgemein für dich oder für den Bergsport per se auch etwas Positives haben kann? Oder ist es einfach nur Blödsinn, weil einfach zu viele Leute da mitspielen, die eigentlich kein Recht darauf haben sollten? Das ist sehr schwierig. Wer hat ein Recht, wer hat kein Recht. Das kann man so nicht sagen. Also ich sehe in den sozialen Medien leider kaum einen Vorteil für diese Sachen. Weil, wie du sagst, sehr viel gestellt wird, oder fast alles gestellt wird. Und die breite Masse das auch gar nicht hinterfragen will oder kann. Das heißt, für den, der sich wirklich auskennt, macht es natürlich einen Unterschied, ob ich im Alpinstil einen niederen Berg besteige, oder ob ich auf einer präparierten Piste den K2 mache. Das ist auch anstrengend, aber es sind zwei Welten, die überhaupt nicht vergleichbar sind. Das eine ist wirklich eine große Leistung im Alpinstil. Das andere, naja, haben schon viele, viele tausend Leute vor ihnen gemacht. Also es verschwimmt und ich sehe das sehr kritisch und es tut dem Alpinismus nicht gut. Und trotzdem profitierst du aber irgendwo indirekt auch davon, weil du durch die Reichweite, die du hast, oder wenn ich auch an andere Alpinisten oder ehemalige Alpinisten denke, die haben davon profitiert, weil Firmen auf sie zugekommen sind. Und weil ein David Lama beispielsweise hätte Red Bull ohne Social Media niemals erhalten oder der Simon Gittel ist ja genauso ein Teil dieser ganzen Industrie im Prinzip. Also es ist doch am Ende ein zweischneidiges Schwert. Ja, es ist sicher ein zweischneidiges Schwert. Auch für dich? Ja, auch für mich, ich lege das keinen großen Wert auf. Also ich würde auch ohne Instagram bergsteigen gehen. Das kam eher dann Step by Step dazu. Ich habe auch meine ganzen ersten, lange Zeit kannte mich ja überhaupt niemand, weil mich das nicht interessiert hat. Aber du hast recht, also wenn du, und gewisse Sponsorgelder braucht man für Expeditionen, das ist nicht so einfach zu finanzieren sonst. Wenn man darauf Zugriff haben will, dann kommt man heute um meinen Instagram-Account leider nicht herum. Man spielt das Spiel einfach mit, für den höheren Zweck. Das muss jeder für sich festlegen. Aber jeden Tag zehnmal posten und was ich esse und was ich daran ziehe. Das muss jeder für sich entscheiden. Glaubst du, dass wir, oder wir, aber glaubst du, dass Bergsteiger als Ganzes in den sozialen Medien für den Ausverkauf in den Alpen mitverantwortlich sind? Weil viele Leute, die jetzt nicht in den Bergen sind, sehen deine Bilder und denken sich, genau das will ich auch machen. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, dass sie alle durch den Fisch klettern, ist jetzt mal dahingestellt. Aber dieses Bild macht doch irgendwas, dass die Leute dann sagen, okay, ich war noch nie in den Bergen, aber jetzt, jetzt schon. Also kann schon sein. Auffallend ist, dass Bergbilder oder generell Bilder, die vom Klettern gemacht werden, dass die so große Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, die Leute sind schon interessiert. Was mir aber fehlt in den sozialen Medien und bei Weitem fehlt, ist eben die Geschichte dahinter. Es ist immer nur ein Bild. Es ist nur ein Bild, aber es fehlen mir die Details. Also die Geschichte, die kommt oft zu kurz oder wird auch extra verschleiert. Und das macht das Ganze so schwer zu greifen. Aber es kann natürlich sein, dass sich Leute angesprochen fühlen. Obwohl jetzt beim Fisch, glaube ich, nicht, also das ist eher vielleicht ein bisschen staunend, aber nicht, dass die Leute da selber hinwollen. Zum Thema, also die Geschichte dahinter, die hinter einem Bild passiert, die ist ja auch sehr abhängig und du wirst das am besten wissen, davon, von welchen Zeiten wir sprechen. Früher hat eine Route durch den Fisch ganz anders ausgeschaut, als sie heute ausschaut. Und auch das Muster, wie wir uns in den Bergen bewegen, ist deutlich risikoärmer geworden durch Absicherung. Du sagst von dir selber, du möchtest keine Bohrhaken setzen, wo sie nicht notwendig sind. Du bedienst dich aber trotzdem der neuen, moderneren Möglichkeiten der Sicherheit mit Friends und Keilen. Wo siehst du zu viel Fortschritt im Alpinismus und wo ist er für dich aber noch in Ordnung? Also das ist ja irgendwo eine verschwimmende Grenze, oder? Ja, genau, es ist eine Grenze, die nicht, wie sagt man, ganz stur festgelegt werden soll, sondern das muss jeder für sich entscheiden, so sehe ich es. Und der Bohrhaken ist im Grunde nur ein, war es immer schon, der Streit ist ja schon ganz, ganz alt, der geht ja schon zurück auf Paul Preuss. Das ist immer nur das Steckchenpferd gewesen, also die Aufhängung. Der Preuss hat zum Beispiel auch Felshaken an sich abgelehnt, obwohl er hat ja trotzdem immer mal eine Hosentasche als Notfall. Ja, es ist schwierig. Ich versuche einfach in den Bergen, wenn ich unterwegs bin, generell so wenig wie möglich zu hinterlassen. Gelingt nicht immer, wenn es sehr, sehr schwierig ist, dann stecken halt mal zwei Haken in einer Seillänge. Wenn es leichter ist, dann steckt mal überhaupt nichts. Also wir haben auch Erstbegehungen gemacht, die sind total clean, da steckt überhaupt nichts. Wenn in 20 Jahren wieder ein junger Kletterer hinkommt, dann kann er sie wieder erst begehen. Und das wäre von der Vorstellung für mich das Nachhaltigste überhaupt. Weil wir dann, es wird nicht verbraucht, also diese Route und die Erfahrungen, die kann eine Generation oder drei Generationen später, kann genau gleich wieder gemacht werden. Was war deine erste Erstbesteigung in Pakistan? Vielleicht kannst du mal über Pakistan ein bisschen was erzählen, weil es doch nochmal was ganz anderes ist als die Alpen, die ja viele auch hier kennen. Also ich war schon öfter in Pakistan, muss ich sagen. Schon für ein Filmprojekt, das liegt jetzt schon sicher zehn Jahre zurück. Aber da war ich noch relativ jung und habe das Land zwar kennengelernt, aber nicht das Bergsteigerische dort. Und ja, die Pakistan-Reise war für mich schon auch ein Augenöffner vor zwei Jahren, weil diese Berge einfach unglaublich schön sind. Vor allem das Karakorum, das sind so schroffe, steile Wände. Und wir sind hingefahren und wollten im Grunde auch mit dem Hintergedanken, einen Film zu machen. Rund um den Nangababat, wir haben den Berg umrundet, wir haben die Geschichte erzählt. Der Film wird jetzt in einem Monat ausgestrahlt. Wir haben die Geschichte erzählt, die einheimische Kultur versucht, greifbarer zu machen. Und am Ende der Reise war unser Gedanke, dass wir einen Berg erst besteigen wollen, der westlich vom Nangababat liegt. Der wurde schon dreimal versucht. Er ist nicht wirklich hoch, also 6200 Meter. Aber das Interessante war, dass, obwohl er dreimal versucht wurde, dass es nicht geglückt ist. Und erst als wir dort waren, wurde mir klar, wieso. Weil dieser Berg im Grunde als Wetterfang dient. Das heißt, das schlechte Wetter, das prallt an diesem Berg ab, bevor er zum Nangababat kommt. Und da liegt so viel Eis und Schnee drinnen, dass es einfach gefährlich wurde. Und dann hat das Kamerateam und der Reinhardt auch gleich entschieden, na, das ist Ihnen zu riskant, das machen Sie lieber nicht. Das war auch zu warm für die Zeit. Aber wie das so ist, ich muss immer was, wenn ich mir was vornehme, das wenigstens probieren. Und dann, meistens sehe ich schon am Anfang, okay, das ist wirklich zu schwer. Aber wenn ich es nicht probiere, dann bin ich, dann kann ich, dann werde ich nicht damit abschließen können. Dann habe ich es probiert und es ging gut. Und das war eine, ja, sehr schöne Erfahrung, da alleine hinaufzusteigen. Gibt dir das Bergsteigen alleine mehr oder in der Gruppe? Kann ich so nicht sagen. Es hat beides Reize. Also ich habe in der, vor allem in der Studienzeit, als es mir auch mal nicht so gut ging, sehr viel Solos gemacht. Das ist mir sehr präsent in Erinnerung geblieben, weil Soloklettern nochmal intensiver ist als mit einem Partner. Aber ich würde es nicht unbedingt wiederholen wollen. Das heißt, es hat immer, ich kann nicht sagen, was einem mehr gibt. Es hat alles seine Berechtigung und vielleicht braucht jede Tätigkeit seine Zeit. Das heißt, mit einem guten Partner oder einem guten Freund unterwegs zu sein, kann es schon auch sehr, sehr viel einem geben. Wir haben vorher über Grenzerfahrung gesprochen und was Grenzen und Grenzerfahrungen mit einem machen können. Dann, so wie ich das richtig jetzt in Erinnerung habe, ist der Black Tooth etwas gewesen, was eine Grenzerfahrung war. Was, vielleicht kannst du kurz mal erzählen, was war hier die Grenzerfahrung für dich? Wo wurde es da für dich grenzwertig? Ich glaube, da muss ich für meinen Partner, den Martin Sieberer auch sprechen, weil für den war es genau so eine Grenzerfahrung. Ich glaube, es wurde so eine Grenzerfahrung. Es wäre es nicht unbedingt gewesen, wenn ein paar Dinge nicht passiert wären. Das heißt, als wir zu dritt in den Karakorum kamen, wir waren am Anfang zu dritt, wir sind aber nur zu zweit dann eingestiegen, was ungewöhnlich warm, das heißt zwei Wochen jeden Tag Sonnenschein, was eigentlich gut ist, aber die Temperaturen waren viel, viel zu hoch. Eine Erscheinung des Klimawandels wahrscheinlich unter anderem. Und wir kamen dorthin, wollten sofort dieses gute Wetterfenster noch nutzen, sind eingestiegen, mussten umdrehen, weil es zu warm wurde, wir sind bis zur Hüfte in diesem Schnee versunken. Wir haben uns nur einen Tag dann im Basislager erholt und sind schon wieder aufgestiegen. Das heißt, wir haben uns schon da verausgabt, wir sind viel zu schnell vorgegangen. Und das, ja, wir hatten noch zu wenig Erfahrung, das wissen wir jetzt. Im Himalaya und Karakorum geht es nicht wie in den Alpen. Du kannst nicht so schnell aufsteigen, du kannst es schon, aber du verbrauchst so viel Energie, die dir dann später fehlt. Und so war es bei uns auch. Wir wussten beim zweiten Tag, dass wir nicht mehr über die Aufstiegsroute zurück können. Es wäre Selbstmord gewesen, da sind Eisbrocken und Steine dahergekommen. Und das war ausgeschlossen. Und deswegen mussten wir über den Gipfel. Und gerade am Gipfeltag wurde das Wetter schlecht. Das heißt, die Orientierung wurde schwierig. Im Basislager hat es einen halben Meter Neuschnee gegeben. Und von dort wurde ein Notruf abgesetzt. Das wussten wir zu der Zeit nicht. Der erreichte auch Europa. Also meine Freundin, die dann bekam einen Anruf aus Pakistan. Sie wissen nicht, zwei Bergsteiger sind verschollen. Und das ist wahrscheinlich, war schwierig. War sehr schwierig. Und eben, es hat sich so ergeben, dass es bis zum Schluss eine brenzlige Situation war, weil wir auch nicht wussten, wo genau wir absteigen müssen. Die Franzosenroute wurde, glaube ich, noch nie wiederholt, die wir abgestiegen sind. Da gab es kaum Informationen. Der Martin ist einmal in eine Gletscherspalte geflogen und es ist ein Felshaken noch ausgebrochen. Also da kam schon einiges zusammen. Beschäftigt man sich in solchen Momenten damit, dass man vielleicht einfach nicht mehr nach Hause kommt oder ist dafür einfach kein Platz in der Situation? Das ist eine gute Frage. Oder schöne Frage. Ich hatte das einmal ganz, so sagen wir zwei, drei Stunden vor dem Gipfel, also ganz ein langer Grat. Und wir steckten da mitten im Nebel. Und das kam ganz plötzlich, also als Eingebung, so dieser Gedanke, ja, du könntest wirklich nicht nach Hause kommen. Das ist eigentlich schade, dann sehe ich die ganzen Leute nicht mehr. Ja, dann habe ich den auch bald wieder verdrängt, diesen Gedanken. Aber der kam einmal so als Eingebung, kam er ganz intensiv, ja. Aber dann ist quasi eigentlich kein Platz mehr. Also der Überlebenswille ist quasi so omnipräsent, dass die Konsequenz, die mögliche Konsequenz einfach ausbleibt eigentlich, oder? Meistens schon, ja. Meistens ist man so fokussiert oder so in seinem Tun beschäftigt, dass es untergeht, diese Frage. Die kommt eher dann danach oder man stellt sie sich davor vielleicht. Und so ein bisschen auch das, was wäre, wenn? Ja, doch, aber meistens vorab eher. Also vor einer, bevor man einsteigt oder die Tage davor, die Wochen davor. Also ich kenne diese Aussagen auch von anderen Alpinisten, wie zum Beispiel der Ueli Steck hat auch selber immer gesagt, die meiste Angst hatte eigentlich vor einem Projekt und währenddessen ist kein Platz dafür. Was ist deine Strategie, um mit Angst vor einer Bergtour umzugehen? Ganz egal, ob das jetzt dein Limit ist oder das Limit von Einsteigern oder Fortgeschrittenen. Was machst du, um nicht blockiert zu sein vorher? Ich glaube, jeder, der ein Projekt hat oder eine Tour plant, die ihn sehr fordern wird, weil das kann er sich ja vorstellen vorab, der beschäftigt sich sehr intensiv mit dieser Tour. Also der studiert die Wandfotos, der versucht sich einfach so gut wie möglich vorzubereiten. Und das ist ganz ein wichtiger Prozess, weil man ja in Gedanken dann den Berg schon mehrmals sozusagen eigentlich durchstiegen hat. Und das nimmt einem sehr viel an Unsicherheit. So geht es mir. Das heißt, die Beschäftigung mit der Tour vorab ist sehr wichtig. Und wenn du dann dort bist, dann bist du nur noch drinnen und hast diese Bilder, die du vorab studiert hast, so im Kopf, dass sich alles dann ergibt zu einer gelungenen Tour im besten Fall. Jetzt ist es so, du bist jetzt aktuell zumindest in deiner alpinistischen Geschichte auf Gipfeln unterwegs. Deine Ziele sind Gipfel oder Touren in dem Sinne. Jetzt ist es so, dein Vater zum Beispiel musste ja dann nach seiner Karriere als Gipfelbesteiger, ist er dann umgestiegen auf die Wüsten und die Antarktis und die Arktis. Ist es die logische Konsequenz, wenn man die für sich interessanten Gipfel erledigt hat, dass man die Abenteuer dann quasi in der Weite und nicht mehr in der Höhe sucht? Oder ist das für dich überhaupt nicht interessant, solche Durchquerungen zu machen oder so? Wäre schon interessant, wäre jetzt auch interessant. Also ich wollte, habe es leider nie gemacht, dass ich hätte liebend gern zu Fuß die Teneré durchquert einmal. Habe es dann leider nach der Oberschule nicht getan. Schade, jetzt fällt ein bisschen die Zeit. Das ist eine Ausrede, aber vielleicht kann man es noch machen. Ich glaube nicht, dass es eine logische Konsequenz ist. Also das muss jeder für sich entscheiden. Und ich weiß auch nicht, was ich in zehn Jahren mache. Vielleicht bin ich Bauer und keine Ahnung. Also ich weiß, ich kann es nicht sagen. Du hast keine Projekte, von denen du träumst in dem Sinne? Oder von denen du sagst, in zehn Jahren möchte ich da sitzen können und dann hier erzählen können, dass ich das gemacht habe, zum Beispiel XY? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich in fünf oder zehn Jahren überhaupt noch kletter oder bergsteige. Es war bei mir immer so, ich hatte immer als Kind schon eine Leidenschaft, da habe ich mich 100% gewidmet. Da kann ich auch gern für mich allein sein. Aber es hat sich immer so schlagartig gewandelt. Ich war früher eben von Wüsten fasziniert als Kind. Ich habe immer noch einen gewissen Reiz, aber diese Faszination bei weitem nicht mehr. Das heißt, ich kann nicht sagen, was in zehn Jahren sein wird. Aber ich bin sicher nicht einer, der da sitzt und sagt, in zehn Jahren oder in 20 Jahren will ich das erreicht haben. Überhaupt nicht. Wenn wir von der Zukunft nochmal kurz einen Sprung in die Vergangenheit machen. Was für ein Alpinist oder hast du alpinistische Vorbilder? Du hast kurz vor Paul Preuss angesprochen, aber auch zum Beispiel der Hermann Buhl war ja hier in Nordtirol sehr viel unterwegs. Jetzt wäre meine Frage, wie verwendest du diese ganzen Infos, die ganze Literatur, die Bücher, die die geschrieben haben, Hermann Buhl Tagebuch beispielsweise und so weiter. Kannst du damit irgendwas anfangen? Gibt es dir irgendetwas für dein heutiges Tun oder ist das einfach Vergangenheit, die passiert ist und abgeschlossen ist und du schreibst deine eigene Geschichte? Das ist auch eine schöne Frage, danke. Ganz ein wichtiger Punkt und deswegen machen wir ja im Grunde auch Bergfilme. Das ist auch ein Punkt, wieso wir Bergfilme machen wollen, weil der Sinn und Reinhard und ich uns einig, nicht immer, aber da schon, dass das Bergsteigen, also die Alpinistik, nicht nur sich durch das Tun selber ergibt, also es ist nicht nur das Tun selber, das Bergsteigen, sondern auch die Summe an dem, was dazu geschrieben wurde, das heißt, das Narrativ, ganz, ganz wichtig und ich glaube, man kann die Entwicklung des Bergsteigens überhaupt nur verstehen, wenn man sich auch für die Geschichte damals interessiert und nicht nur fürs Bergsteigen damals, sondern auch die Gesellschaft, weil es gibt einen ganz interessanten, oder es gibt meistens einen Bezug zwischen Bergsteigen und der Gesellschaft. Das heißt, die Anfänge, als man anfing, auf die Berge zu steigen, das waren vor allem Engländer, die waren sehr wohlhabend durch die Industrialisierung natürlich, aber die einheimischen Bauern in den Alpen, die wären nie auf den Gedanken gekommen, da hinaufzusteigen. Es hätte überhaupt null, also keinen Grund gegeben. Aber sie haben recht schnell erkannt, dass diese Engländer, diese wohlhabenden Städter, bringen viel Geld mit, man kann Geld verdienen und dann hat sich Bergführerberuf, hat sich etabliert und die Hütten wurden gebaut. Es ist alles ein Fluss sozusagen und ich glaube schon, dass es den jungen Leuten auch gut hätte, wenn sie sich interessieren würden für die Geschichte. Ich glaube schon. Jetzt ist es aber so, dass selbst wenn man in die ganz weite Vergangenheit schaut, selbst wenn man auf die Erstbesteigung des Matterhorns schauen würde, dann schauen wir hier auf einen Wettlauf zurück. Wir schauen auch im Himalaya, in den Erstbesteigungen auf Wettläufe zurück, die Engländer am Everest, die Deutschen, dann gab es Harbert beispielsweise. Was ist es, was den Wettkampf am Berg so spannend macht, deiner Meinung nach? Und vor allen Dingen, warum gibt es ihn heute immer noch? Wo wir doch heute schon eigentlich alles gesehen haben, mehr oder weniger. Ich glaube, da verschneidet sich, da kommt eben dieser sportliche Faktor ins Spiel. Sport ist reiner Vergleich, ist eben Wettkampf. Und Sport kann man messen. Also beim Skifahren kann man auf eine Millisekunde oder noch mehr, ich weiß nicht, genau messen, wer der Schnellste ist. Beim Bergsteigen eigentlich nicht, aber die Medien haben früher schon versucht, das hineinzuinterpretieren. Also viele Wettkämpfe wurden auch von den Medien erfunden. Und das Matterhorn ist schon auch ein bisschen, ja, von den Medien so ausgeschrieben worden, dass es zu diesem großen, großen Wettkampf wurde, glaube ich. Damals schon? Ja, doch, glaube ich, ja. Aber sehr, Entschuldigung, sehr einseitig. Beim Matterhorn ist es sehr einseitig passiert, weil der Carell, der von Italien aufgestiegen ist, gar nicht wirklich schreiben konnte. Und der Wimper natürlich sehr gut schreiben konnte. Und so hat sich das Bild ja in einer unguten Konstellation ergeben. Also es ist immer auch, das zieht sich auch durch die Geschichte. Also wirklich Bestand haben nur Leute, die auch selber geschrieben haben. Wenn jemand nicht gut schreiben konnte wie ein Dülfer, der mehr Tun gemacht hat als ein Preuß, aber nicht so gut schreiben konnte wie der Preuß. Geblieben ist eher der Preuß. Also das heißt, Wettkampf ist, weil wir es in der Geschichte auch schon immer gehabt haben, auch Teil des Alpinismus irgendwo. Oder zumindest der Ansporn irgendwo vielleicht auch als Erster oben zu sein. Weil heute haben wir ja Menschen im Bergsport, die ganz offensiv, Kilian Jarnett, David Göttler, das sind Leute, die wollen jetzt als Sportler in die Berge und nicht mehr als Alpinisten. Gehört das einfach heute dazu? Oder weil du bist jetzt quasi das Gegenbild, du machst viele Touren, ohne dass irgendjemand etwas davon weiß. Und du hast keine, ich schätze mal nicht, dass du die Zeiten deiner Nordwende und so kennst, oder? Also wo ist das, ist dein Wunsch, dass das am Ende hinführt? Also ich glaube, die Zeit hat immer schon eine gewisse Rolle gespielt. Auch sei es nur damals vor 50 Jahren als Beispiel, um einfach seine Fitness einschätzen zu können. Ich habe nur drei Stunden gebraucht, also bin ich fit. Also bin ich recht fit momentan. Aber natürlich diese Zeiten, die ein Jornet aufstellt oder ein Ulys Deck, die sind natürlich für jeden greifbar. Zwei Stunden durch die Eiger-Nordwand sagt einfach jeder, boah, in so kurzer Zeit. Klar, das ist ein, es ist auch darauf zurückzuführen, glaube ich, weil der Alpinismus generell in einer gewissen Krise steckt. Das meiste wurde gemacht. Wie soll man, was soll man noch doppen? Alle Achttausender wurden auf allen möglichen Routen, im Winter, im Sommer, allein bestiegen, ohne Sauerstoff. Was ist noch zu machen? Und da gibt es, eine Stellschraube ist eben die Zeit. Aber es bringt den Bergsteigen nicht wirklich weiter, glaube ich. Jetzt warst du in Pakistan und auch in Nepal und so weiter unterwegs und auch in den Anden. Wie viel, du hast es für die Filme wahrscheinlich gezwungenermaßen aufgedrückt, die Kultur der Völker, dieser Gegenden dort, wie die Menschen mit dem Berg leben. Wie viel Kultur bleibt dir am Ende, wie viel Kultur bleibt hängen, wenn du wieder zurückkommst aus Pakistan beispielsweise? Das bringe ich wahrscheinlich mit, auch durch meine Vorgeschichte, weil ich als Kind schon so viel gesehen habe. Also mich faszinieren diese Kulturen wirklich. Und ich spiele ein bisschen mit dem Gedanken, eine Doku-Reihe über Bergkulturen zu machen. Weil man kann so viel lernen von diesen Leuten, die im Grunde mit nichts dort überleben können, wo wir Europäer keine Chance hätten zu überleben, wenn wir nicht die moderne Ausrüstung hätten. Aber es stimmt, also wenn man nach zwei Monaten Pakistan nach Europa zurückkommt, dann tut, also ich tue mir sehr schwer, dann wieder hier Fuß zu fassen. Ich fühle mich eigentlich dann fehl am Platz. Mir geht alles zu schnell, es ist alles zu sauber, es ist zu steril. Also es ist schon ein Kulturschock. Gleich das Ankommen, wie es zurückkommt. Haben die Alpen keine Kultur? Doch, natürlich haben die Alpen eine Kultur, aber die verschwindet sehr, sehr schnell jetzt. Im Sein der Industrie wahrscheinlich, oder? Ja, wer ist noch heute bereit, als junger Mann oder junge Familie oder auch Frau natürlich, einen Bergbauernhof weiterzuführen? Es ist schwierig und ich spreche das an, weil ich selbst damit konfrontiert bin. Ich habe einen Hof geerbt bekommen. Ich weiß nicht, war gedacht, dass ich das führe. Ich tue es eben auch nicht. Also es ist schon schwierig. Das braucht man, um weiterzubringen. Es wird eine große Herausforderung für die Gesellschaft, weil sterben die ganzen Kulturgüter, die Wiesen werden nicht mehr gemäht, die Höfe werden nicht betrieben. Dann stirbt sehr viel, auch unsere Landschaft. Also es ist schon ein gesellschaftliches Problem, das man sich überlegen muss. Ich habe vor kurzem mal die Frage gestellt bekommen, ob ich glaube, dass das Korakorum, der Himalaya im gesamten Patagonien einfach nur 200 Jahre oder 150 Jahre hinter uns ist, also hinten nach ist. Ich war mit der Aussage nicht ganz einverstanden, aber es würde mich natürlich aus deiner Sicht interessieren. Glaubst du, dass es diesen Stand, den wir heute in den Alpen haben, in 150 Jahren, ist natürlich jetzt, ja, Kaffeesatzleserei, aber im Karakorum auch geben wird? Ich glaube, dass der Trend dorthin geht. Also der Mensch will generell oder versucht, fortlaufend alles zu erschließen. Das liegt im Menschen drin. Zuerst will er es entdecken und dann will er es erschließen. Also der Trend geht ganz klar dahin. Aber ich glaube, es ist in Karakorum zum Beispiel einfach nicht möglich, das dort so zu erschließen, wie es wir in Europa haben, weil die Ressourcen ganz einfach auch fehlen. Also wir in Europa haben das große Glück im Nachhinein und unser Wohlstand baut darauf auf. Aber in Pakistan wird es nie so sein. Allein wenn wir das Straßennetz beobachten oder anschauen, wird Pakistan auch in 100 Jahren nicht das Straßennetz haben, wie wir es haben, weil einfach der Untergrund nicht trägt. Das heißt, die Straßen halten dort keine Wetter aus, diese großen Sturzbäche. Das ist schon ein Problem und ich glaube nicht, dass es so erschlossen wird bei Europa, glaube ich. Ich kann mich nicht vorstellen. Also wir müssen uns nicht vor der ersten Seilbahn auf den K2 fürchten? Noch nicht? Ja, das ist was anderes. Es ist eher von Everest als als Gag. Das würde ich den Chinesen zutrauen. Das Chinesen, ja. Eine teure Seilbahnfahrt, aber das wäre ja möglich, ja. Das heißt, Kultur spielt in den Bergen direkt auch eine Rolle für dich. Glaubst du, dass es für alle Menschen eine Rolle spielt, wie die Kultur drumherum funktioniert? Oder glaubst du, zählt im Alpinismus eigentlich nur der Berg? Boah, das ist so eine allgemeine Frage. Für mich zählt es sehr viel. Also ich verbringe unglaublich gern Zeit mit den Leuten dort, auch nur zuschauend, also dabei seind. Ich will ja gar nicht mich da einmischen, sondern ich schaue am liebsten zu und will verstehen, wie die Leute ihren Alltag leben. Es wäre schön, wenn es mehr Leute interessieren würde, aber dass es alle interessiert, glaube ich, glaube ich nicht. Das ist heute schon der Trend. Generell, also der Bergsteiger an sich verändert sich ja auch. Wer heute zum Everest fliegt, ist kein durchschnittlicher Bergsteiger. Das ist nicht jemand, der sich das erarbeitet hat über viele, viele, viele Jahre, sondern der will sich das erkaufen, der will sich dieses Prestige erkaufen. Und das sind eher Manager oder Wohlhabende, Mitte-50-Jährige, die sich noch diesen Wunsch, die haben das Geld und wollen sich diesen Wunsch erfüllen. Aber es ist kein, es ist nicht der klassische Bergsteiger, wie wir ihn uns vorstellen. Du hast mal gesagt, die Achttausender interessieren dich nicht so wirklich. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie überlaufen sind. Und würdest du aber auch sagen, dass ein Achttausender wie zum Beispiel der Everest über die speziellen Routen oder das, was der Kilian Jeanette jetzt probiert hat, über die Lotsüberschreitung und so, ist das auch etwas, obwohl kein Verkehr ist quasi dort, was dich trotzdem nicht reizt? Ja, am Everest zum Beispiel wirklich nicht. Dieser Berg ist einfach so verbraucht, dass es für jemanden, der sich auskennt, ja, der muss uninteressant werden. Außer man will es groß verkaufen, weil der Everest natürlich ist der Everest, den gibt es nur einmal und der hat diesen Namen und jeder wird verstehen, was der Everest ist. Wenn ich einen Achttausender nenne, der mich interessiert, dann ist es der Kanchenchenga in Tibet, weil er noch schwer zuganglich ist, weil dort nicht so viele Leute sind vorab. Aber im Grunde ist Achttausender nur eine Nummer, es ist nur eine Zahl. Ein hoher Siebentausender, der selten bestiegen wird, reizt mich schon einiges um einiges mehr. Zum Schluss würde ich jetzt noch gerne mal kurz auf das ganze Tun hinter Messner Mountain Movie zurückkommen. Das ist jetzt aktuell das meiste, was du tust. Du produzierst da Filme über die Geschichte des Bergsteigens, du produzierst Filme darüber, wie sich das Ganze entwickelt hat, über einzelne Personen auch teilweise. Was ist es, was dir am Filme machen den meisten Spaß bereitet? Den meisten Spaß? Also da bin ich ganz ehrlich, ich sehe es wirklich vor allem als Arbeit. Also für mich ist es Arbeit. Ich würde natürlich wie viele, viele junge Kletterer auch oder andere Kletterer mehr Zeit gern draußen verbringen, aber so geht es, das Leben ist halt nicht so einfach. Aber die Geschichten so zu erzählen oder auch Hintergründe herauszuschrauben, die allgemein nicht so bekannt sind, das hat schon einen gewissen Reiz. Also wir versuchen, die Geschichten auch in eine Zeit zu betten, nicht nur diese Besteigungen zu erzählen, sondern auch, wie wurden die Bergsteiger damals vom Dorf, von der Dorfgemeinschaft oder von der Allgemeinheit gesehen überhaupt. Also schon das in eine gewisse Zeit zu betten. Und wir hoffen uns, also wir hätten am liebsten, wenn es aufgeht, wäre es sehr schön, alle 30, 40 Jahre in der Zeit der alpinistischen Entwicklung einen Film. Und wenn man es als Serie dann sehen würde, dann bekommt man sozusagen indirekt einen Rundumblick, wie der Alpinismus entstanden ist und was es bedeutet, also welche Werte darin liegen. Wenn du heute mit dem Reinhold über Alpinismus redest, wird wahrscheinlich auch kein Alltagsthema sein, aber wenn du das tust und du sagst jetzt, es soll alle 30, 40 Jahre einen Film über den Alpinismus als Ganzes geben, wäre das heute ein Horrorfilm? Es wäre teilweise auch eine Komödie, es wäre alles dabei. Also, naja, jetzt sind wir wieder beim Everest, aber wer dort, man braucht zweieinhalb Stunden, um das Basislager zu durchqueren. Es ist ein riesengleines Dorf, wo Leute hinkommen, die auch total naiv sind, die dort das erste Mal Steigeisen anprobieren. Also, man sieht alles, 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 alles. Es wäre Horror, es wäre Tragödie, es wäre Komödie, es wäre alles dabei eigentlich. Nur hat es mit Bergsteigen leider nicht mehr viel zu tun. In was für einem Genre würdest du deine bisherigen Filme, den Film über den Amadablam zum Beispiel, packen? In was für ein Genre fällt der deiner Meinung nach? Ja, im Grunde ist es, Genre ist schwer. Ja, es ist, beim Bergsteigen kommt, es gibt ja alle möglichen Geschichten und alle möglichen Schlussfolgerungen, die man daraus ziehen kann. In dem Fall, Amadablami ist schon eine Tragödie natürlich, weil jemand gestorben ist, weil es, aber auch dann nicht, weil es die anderen drei haben eben überlebt. Das heißt, ich würde es gar nicht in ein Genre packen, es ist ein Bergfilm, eine Geschichte, eine lebte Geschichte in dem Fall, aus der man selbst, wenn man selber bergsteigt, auch viel mitnehmen kann. Du bist auch schon mal vor der Kamera gestanden am Amadablam. Wie ist das, sich in diese Rolle rein zu versetzen? War das schwer mit den Materialien und mit diesen Ideen, die die damals quasi hatten, das auch vor der Kamera richtig umzusetzen? Also ich bin schon öfter vor der Kamera gestanden und eigentlich meistens als du bist. Das heißt, wenn wir es gut gemacht haben, dann erkennt man mich nicht. Gehört auch dazu, ganz einfach aus dem Grund, dass ich, wenn ich mit in der Wand bin beim Filmen und jemanden dubel, dann habe ich es am besten im Griff, also ich kann am besten kommunizieren mit dem Hubschrauber und so weiter. Aber ein großer Augenöffner, das ist auch wieder ein Glück, war wirklich mit dem alten Material zu klettern. Jetzt nicht für Amadablami, das ist schon besser entwickelt, aber sagen wir, Zeiten Gromanns oder auch ein bisschen später, also 1800, 1900, Wahnsinn. Also allergrößten Respekt vor den Kletterern damals, mit Nagelschuhen oder mit zwei Normalhaken in solche Wände einzusteigen. Glaubst du, dass das manchen Bergsteigern auch mal gut tun würde, wenn sie sich quasi, weil es Demut fördern würde, dass man sich mit dem alten Equipment mal auseinandersetzt? Ja, ja, ja. Und man adaptiert sich selber oft dabei. Man wiederholt eine wichtige Route von damals und sagt, ja, so schwer war das jetzt nicht. Aber man vergisst, es gab keinen Wetterbericht. Das heißt, es ist damals auch so viel passiert, weil man bei jedem Wetter eingestiegen ist, weil man musste, man wusste nicht anders. Es gab überhaupt keine Möglichkeit der Rettung. Es gab eigentlich auch keine Sicherheit. Ein Hanfseil ist nicht sicher. Es ist eher für den Kopf, also für den Nachsteiger ein Hilfsmittel. Es gab so vieles nicht, das wir heute haben. Und deswegen ist es, darf man auf keinen Fall sagen, die waren nicht so stark wie wir. Ich glaube, die waren teilweise viel austauender als wir heute. Und auch mutiger? Ja, teilweise schon. Also eine andere Form von Mut, sagen wir, in den 30er Jahren, heroischer Alpinismus. Da hat der Mut fast überhand genommen. Da ging es ja um bis in den Tod und für Vaterland und so weiter. Da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber man hat mehr riskiert vielleicht damals, würde ich schon sagen, im Großen. Werden in Zukunft auch, also ich weiß, Zukunft kann man jetzt viel auslegen, aber werden wird bei Messner Mountain Movie irgendwann auch nochmal ein Fokus auf die Alpen fallen? Glaubst du das? Oder ist es jetzt wirklich Himalaya, Patagonien? Nein, es fällt sehr viel bei uns auf die Alpen. Also die ganzen Schwierigkeitsalpinismus. Wir würden gerne einen Film machen zu den Nordwänden, zu den großen Nordwänden. Das wäre ein reines Alpenthema. Also es ist schon eher Alpenraum. Da kennen wir uns aus. Was bei uns leider nicht so vorkommt, ist das Josemite. Da fehlt uns der Bezug. Es fehlt uns auch die Leute, die darin vorkommen, also die Gesprächspartner. Da kennen wir uns nicht aus, deswegen wollen wir uns da auch nicht uns da zu viel hineinknien. Aber die Alpen haben schon ein wichtiges, sind ein wichtiges Thema, da wird es sicher noch viel mehr dazu geben. Also der Reinhold möchte eigentlich auch nur die Geschichten erzählen, von denen er selber quasi mitreden kann. Ja, doch, doch, wäre anders, wäre es ja auch nicht richtig. Also wenn man nur spekuliert, dann überlassen wir gerne anderen. Im Zuseemite gibt es ja schon sehr gute Filme und auch sehr gute Protagonisten. Also wir wollen schon dort bleiben, wo wir mitreden können und wo wir uns auskennen. Jetzt ist Messner Mountain Movie ein Zweiergespann. Wie lange glaubst du, oder spürst du, dass der Reinhold, der quasi 50 Prozent des Ganzen übernimmt, irgendwann auch mal sagen wird, ich habe jetzt einfach keine Lust mehr, ich bin Zeit für einen Ruhestand. Simon, mach du das einfach. Ich gebe dir meine Bücher, lese die vielleicht mal. Ja, auf dem Punkt sind wir schon. Das versteckt er gar nicht, sondern das sagt er schon auch oft mehr. Will das nicht ewig machen. Das bin ich ganz ehrlich, ich auch nicht unbedingt. Also Geschichten erzählen ist sehr spannend, aber die Arbeit dahinter ist auch nicht ganz meine Welt. Das heißt, auf lang- oder kurzfristig werden wir es auch wahrscheinlich langsam ausklingen lassen, aber in dieser Zeit würden wir gerne noch einige Sachen realisieren doch. Dann sind wir da wirklich gespannt darauf, was da noch kommt. Ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit. Es war wahnsinnig aufschlussreich und freut mich, dass du da warst. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen was geben können. Danke, danke an alle und viel Erfolg. Danke fürs Zuschauen, wie immer. Schaltet gerne auch beim nächsten Mal ein. Wir hören uns.